Mein Name ist Christian Steinbrugger, ich bin der Projektleiter des Kraftwerk-Heiming-Projekts. Ein Gaskombinationskraftwerk funktioniert, wie auch schon der Name sagt, im Prinzip in Kombination von zwei Erzeugungsschritten, wobei der erste Erzeugungsschritt aufgrund der Verbrennung von Erdgas quasi eine Gasturbine antreibt und im zweiten Erzeugungsschritt die Abwärme aus diesem ersten Erzeugungsschritt in einen Abhitzekessel Dampf erzeugt, Heißdampf, der wiederum dann eine Dampfturbine antreibt, die ebenfalls Strom erzeugt. Mit diesem Verfahren erreicht man einen Wirkungsgrad von in etwa 60 Prozent mittlerweile, der natürlich dem Stand der Technik entspricht und entsprechende andere Kraftwerke bei Weitem übersteigt. Gaskombinationskraftwerke sind eine ideale Ergänzung zur erneuerbaren Energie. Diese Kraftwerke kommen dann zum Einsatz, wenn die erneuerbaren Energien nicht im Einsatz sind. Das heißt, erneuerbare Energien sind nicht im Einsatz, wenn kein Wind weht oder zum Beispiel auch keine Sonne scheint. Eben dann springen diese Gaskombinationskraftwerke in der Energieerzeugung ein, indem sie sehr schnell und sehr flexibel auf diese Schwankungen reagieren können. Das heißt, dass sie eben für die Energiewende, für die Stabilisierung des Netzes einen ganz wesentlichen Beitrag liefern. Wir sind der Überzeugung, dass diese Gaskombinationskraftwerke die Energiewende unterstützen werden. Wir planen ein 850 Megawatt Gaskombinationskraftwerk zur Gewährleistung der Stromversorgung für die ganze Region in Südbayern. Im Speziellen für das bayerische Chemiedreieck. Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieses Kraftwerks ist, hier auch die Netzstabilität zu gewährleisten. Das Kraftwerk wird auch in weiterer Folge eine wesentliche Rolle in der Energiepolitik in Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kernenergie auch in dieser Region spielen. Und hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um auch die Energiewende hier lückenlos und schadlos zu bewältigen. Ergänzend zu der davor bereits genannten Sicherstellung der Energieversorgung und Aufrechterhaltung der Netzstabilität, gibt es hier vor allem ganz standortspezifische Aspekte, die für dieses Kraftwerk in Burghausen und Heiming sprechen. Zum einen die Nutzung der Infrastruktur, die natürlich bereits besteht. Gas auf der einen Seite und Wasser auf der anderen Seite. Insbesondere bei Wasser ist die Situation so, dass wir bereits verwendetes Wasser aus der WACKER Chemie auch für Kühlzwecke für das Heiming nutzen. Damit ist der Umwelteintrag und die Umweltauswirkung auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich fördert natürlich ein Kraftwerk auf diesen Industriestandort auch die Sicherstellung weiterer Ansiedelungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, tack das! Untertitelung des ZDF, 2020